Ich möchte natürlich eine mutilierte, weitere Ausbilderin von Afrika, sehr sicher am Bein, was fehlt. Jetzt die Steinmauer, kräftig mit der Hand am Maul, um das Pferd aufs Hinterbein zu bringen. Wir sind gespannt, wie die Richter das bewerten und ich darf Ihnen das nächste Pferd ankündigen. Es ist Willy Woodstock. Das Tempo.